Morning Glory XL von Vulkan. Kategorie F1 Fontaine steht drauf. Für mich sieht es eher nach Fackeln aus. Aber gut. 365 Days a Year Fireworks. Auf der Rückseite eher weniger los. Preis hochgekauft in der Beschreibung. Sechs Stück sind das. Für mich eindeutig Kinderfackeln. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020